Hallo zusammen, heute erkläre ich euch funktionale Abhängigkeiten und extrem weit Probleme beim Satz des Pythagoras. Erste Aufgabe, im Dreieck ABC gilt, die Seite B ist 5 cm lang, das ist diese hier, und die Seite C ist 3 cm lang, das ist diese hier. Aufgabe A, die Länge der Hypotenuse A in Abhängigkeit von X an, also das hier ist die Hypotenuse A, wenn die Seite B um X cm verkürzt und sogleich C um X cm verlängert wird. Das heißt, die Seite B wird zum Beispiel hier um 1 cm verkürzt bis dahin, dann wird die Seite C um 1 cm verlängert bis dahin, und dann schaut die Hypotenuse A natürlich jetzt so aus und hat eine andere Länge als vorher. Das ist also der Beginn dieser Aufgabe. Ich habe also B mit 5 cm und C mit 3 cm. B wird jetzt um X cm verkürzt, mathematisch ist das nichts anderes als 5 minus X. C wird jetzt um X cm verlängert, mathematisch also 3 plus X. Jetzt kann ich den Satz des Pythagoras anwenden. Hier geht die Hypotenuse zum Quadrat, diese Strecke hier, dass sie ja dem rechten Winkel gegenüber liegt, die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat. Jetzt kann ich für B und C eben diese Klammern hier einsetzen, dann schaut das Ganze wie folgt aus, die Einheit aktuell ist 3 cm. Jetzt kann ich hier die zweite und hier die erste binomische Formel anwenden. Hier die zweite binomische Formel, das vordere zum Quadrat, 5 zum Quadrat ergibt 25. Dann 2 mal das vordere mal das hintere. 2 mal 5 ist 10 und das X mitnehmen ist 10X und das Minus natürlich auch übernehmen. Dann das hintere zum Quadrat, X zum Quadrat ist eben X zum Quadrat. Hier das vordere zum Quadrat, 3 zum Quadrat ist 9. Dann 2 mal das vordere mal das hintere, 2 mal 3 ist 6, mal X sind eben 6X und das hintere zum Quadrat ist X zum Quadrat. Jetzt kann ich zusammenfassen, X zum Quadrat plus X zum Quadrat sind insgesamt 2X zum Quadrat. Minus 10X plus 6X sind minus 4X und 25 plus 9 sind 34. Steht hier noch hoch 2, das muss weg. Ich erinnere also das Gegenteil, auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Ganz wichtig, die Wurzel von der kompletten rechten Seite und das ist die Länge der Hypotenuse A. Das heißt, je nachdem, was ich für X einsetze, zum Beispiel hier 1 cm verkürzen, hier einen verlängern. Das heißt, hier für X1 eingesetzt, dann kann ich mit dieser Formel ganz schnell die Länge berechnen. So geht das für jedes X. Aufgabe B. Welche Belegungen sind für X zulässig? In meiner Tipp betrachte immer die Länge derjenigen Seite, die verkürzt wird. In unserem Beispiel wird ja die Seite B verkürzt, das war diese hier. Ich kann hier jetzt zum Beispiel um 1 cm verkürzen, um 2, um 3 und so weiter. Allerdings natürlich nicht um 6 cm, da sie ja insgesamt nur 5 cm ist. Das heißt, mein X muss größer sein als 0, weil ich es ja um irgendwas verkürzen muss, muss aber kleiner sein als 5. Wenn jetzt X genau 5 wäre, hätte ich 5 minus 5 0 cm, dann hätte ich hier überhaupt keine Strecke mehr. Also X muss zwischen 0 und 5 liegen. Aufgabe C. Wir bestimmen die minimale Länge der Hypotenuse A und den zugehörigen Wert für X rund auf 2 Nachkommastellen. Die Vorgehensweise ist, bestimme zuerst den Extremwert des Radikannen und radiziere dann. Das ist das, was wir hier kennen. Ich zeige euch einmal das Ganze mit der quadratischen Ergänzung. Dazu habe ich auch ein Erklärvideo. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und das Ganze mit dem Taschenrechner. Wir brauchen also jetzt den Radikannen, also das, was unter der Wurzel steht. Das kommt in dieser Gleichung hier nochmal vor. Also scheinen wir die erstmal hin. Erster Schritt. Die Zahl vor dem X hoch 2 muss ausgeklammert werden. Die 2 kommt also vor die Klammer, in die Klammer des X hoch 2. Hier auch die 2 ausklammern. Geht minus 4X geteilt durch 2 ergibt minus 2X. Und die Zahl ohne X schreibe ich ganz an den Schluss. Nächster Schritt. Von der Zahl vor dem X braucht die Hälfte. Die Hälfte von 2 ist 1. Das muss ich im Quadrat hinzufügen und im Quadrat wieder abziehen. Dann mache ich eine Klammer um die ersten 3 Blöcke. Und kann jetzt hier die zweite binomische Formel anwenden. Geht ganz einfach. Das erste ohne das hoch 2. Das Minus übernehmen. Das letzte ohne das hoch 2. Dafür kommt das hoch 2 außerhalb der Klammer. Hier rechne ich minus 1 zum Quadrat. Das hoch 2 bezieht sich nur auf die 1. 1 zum Quadrat ist 1. Und das Minus übernehmen ist minus 1. Jetzt ausmultiplizieren. 2 mal die Klammer ist 2 mal die Klammer. 2 mal minus 1 ist minus 2. Und die plus 34 über Minus. Jetzt kann ich die beiden noch zusammenfassen zu plus 32. Wenn ich jetzt hier für X1 einsetze, wird die Klammer 0. Das vordere fällt dann aufwägt. Das heißt, 32 bleibt übrig. Das ist also der minimale Wert für A Quadrat. Wenn für X1 eingesetzt wird, habe ich eben 32 Quadratzentimeter. Soll ich aber die Länge der Hypotenuse A berechnen? Das heißt, das hoch 2 muss verschwinden. Ich muss also hiervon noch die Wurzel ziehen. Das heißt, die Wurzel von 32 Quadratzentimeter ist ungefähr 5,66 Zentimeter. Das heißt, die minimale Länge der Hypotenuse A sind 5,66 Zentimeter, wenn ich für X1 einsetze. Ich zeige euch das Ganze jetzt mit dem Taschenrechner. In diesem Beispiel mit diesem Taschenrechner, den habe ich. Wenn ihr einen anderen habt, geht es meistens ähnlich. Das Ganze zeige ich euch gleich nochmal im Video. Ihr müsst auf jeden Fall irgendwie zur Einstellung Gleichung kommen und Polynomgleichung. Dann müsst ihr diese Gleichung auswählen. Dann gebt ihr eure Gleichung ein. In diesem Beispiel ist es ja diese grüne Gleichung, also 2x hoch 2 minus 4x plus 34. Ich muss dann dreimal drücken, bis einmal kommt Minimum X gleich 1. Das ist so gleich wie hier. Und der Y-Wert ist 32. Das ist genau der letzte Schritt wie hier. Das heißt, 32 Quadratzentimeter ist das Minimum, wenn ich für X1 einsetze. Und jetzt muss ich davon eben nochmal die Wurzel ziehen und dann komme ich auf das gleiche Ergebnis. Das heißt, diesen letzten Schritt müsst ihr dann nochmal separat eingeben. Die ganze Zeit höre ich jetzt aber nochmal im Video. Wir klicken also auf Home. Dann gehen wir zur Gleichung. Dann müssen wir Polynomgleichung auswählen. Die allererste. Jetzt geben wir unsere Gleichung ein. Wir haben hier 2x hoch 2 minus 4x plus 34. Jetzt muss ich insgesamt dreimal klicken, bis ich zu meinem X-Wert 1 komme. Und der Y-Wert ist 32. Bei der Aufgabe, die Punkte an mit X und minus 3x plus 6 liegen auf der Geraden G mit Y gleich minus 3x plus 6. Mit der Grundmenge R kurz R. Das heißt einfach für X und Y dürfen reelle Zahlen eingesetzt werden. Und bilden zusammen mit dem Punkt B minus 2, 1 Strecken. Das Ganze schaut wie folgt aus. Wir haben den Punkt B bei minus 2 und 1 und wir haben die Gerade G. Punkte A liegen irgendwo auf der Geraden. Irgendwo da drauf können sie liegen. Und je nachdem, wo sie liegen, entstehen Strecken, die unterschiedlich lang sind. Das ist erstmal der Anfang. Aufgabe A gibt die Länge der Strecken A in B in Abhängigkeit von X an. Also je nachdem, welchen X-Wert der Punkt hat, habe ich ja unterschiedlich langen Strecken. Ich brauche die Formel für die Streckenlänge. Die ist immer die Wurzel von ohne jetzt X-Koordinate von einem einen Punkt minus X-Koordinate von einem anderen Punkt zum Quadrat plus Y-Koordinate von einem einen Punkt minus Y-Koordinate von einem anderen Punkt zum Quadrat. In unserem Fall, die X-Koordinate von A ist X. Die X-Koordinate von B ist minus 2. Die Wurzel-Koordinate von A, das hier. Und die Wurzel-Koordinate von B, 1. Das kann ich zusammenfassen. Minus und Minus gibt Plus. Und hier 6 minus 1 ist 5. Und ich habe hier einfach nur die Reihenfolge verändert. Denn jetzt kann ich schön die binomischen Formeln anwenden. Hier habe ich die erste binomische Formel. Das vordere zum Quadrat ergibt X-Quadrat. 2 mal das vordere mal das hintere. 2 mal 2 ist 4. Mal X ist 4X. Und das hintere zum Quadrat. 2 zum Quadrat ergibt 4. Hier das vordere zum Quadrat. 5 zum Quadrat ist 25. Minus 2 mal das vordere mal das hintere. 2 mal 5 ist 10. 10 mal 3 ist 30. Und das X mitnehmen, also minus 30X. Und das hintere zum Quadrat. 3 zum Quadrat ist 9. X zum Quadrat ist X-Quadrat. Das kann ich noch zusammenfassen. Mein X-Quadrat plus 9X-Quadrat sind 10X-Quadrat. Hier X minus 30X sind minus 26X. Und hier plus 25 ist 29. Mit dieser Formel jetzt kann ich jede Streckenlänge berechnen, indem ich einfach für X diese unterschiedlichen Werte einsetze. Aufgabe B. Bestimme für welchen Wert von X die Länge der Strecken a und b minimal ist und gib die minimale Länge a0b an. Wie viel läuft die Strecke a0b bezogen auf die Gerade g? Wir machen das Ganze wieder mit der quadratischen Ergänzung. Dazu nehmen wir hier diesen Radikanten her. Schreiben den hin. Ganz wichtig, die Strecke ist am Anfang noch im Quadrat. Und jetzt für die quadratische Ergänzung. Der Faktor vor dem X hoch 2 muss ausgeklammert werden. Also die 10 steht vor der Klammer. In der Klammer das X hoch 2. Dann minus 26X geteilt durch 10 ergibt minus 2,6X. Und die Zahl ohne X schreibe ich ganz an den Schluss. Jetzt brauche ich von der Zahl vor dem X die Hälfte. Die Hälfte von 2,6 ist 1,3. Das muss ich im Quadrat hinzufügen und im Quadrat abziehen. Dann setze ich eine Klammer um die ersten drei Teile. Ich kann jetzt hier die zweite binomische Formel anwenden. Geht wie folgt. Das erste ohne das hoch 2. Das Minus übernehmen. Das letzte ohne das hoch 2. Dafür kommt das hoch 2 außerhalb der Klammer. Dann minus 1,3 hoch 2. 1,3 hoch 2 ist 1,69. Und das Minus übernehmen. Das kann ich ausmoliplizieren. 10 mal die Klammer ist 10 mal die Klammer. 10 mal minus 1,69 ist minus 16,9. Und die 29 übernehmen. Jetzt kann ich die beiden noch zusammenfassen. So plus 12,1. Wenn ich jetzt hier für X 1,3 einsetze, wird die Klammer 0. Damit wird das hier auch 0. Und die 12,1 bleibt übrig. Das ist also das Minimale, was übrig bleibt. Das heißt, das Minimum ist 12,1 Quadratzentimeter, wenn ich für X 1,3 einsetze. Allerdings habe ich hier noch das hoch 2. Und wir wollen ja die Strecke berechnen. Das heißt, das hoch 2 muss verschwinden, indem ich auf beiden Seiten die Wurzel ziehe. Die Wurzel von 12,1 Quadratzentimeter ist ungefähr 3,48 Zentimeter, wenn ich für X 1,3 einsetze. In der Zeichnung schaut das wie folgt aus. Bei X weit 1,3 ist der Punkt genau hier. Und damit habe ich hier die kürzeste Strecke mit 3,48 Zentimeter. Und die kürzeste Strecke ist immer senkrecht auf einer anderen Strecke. Das heißt, diese Strecke hier ist das Lot zur geraden G. Und damit habe ich hier die Kürzeste Strecke.